Wir sind startklar. Es geht weiter auf unserer Frankreich Tour 2022. Und zwar geht es jetzt in die Vamandie. Also bleibt dabei, gleich geht's los. Wir sind in die Vamandie. 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 Moin Moin und Bonjour aus Frankreich. Ja, wir sind angekommen auf unserer dritten Station, unserer diesjährigen Frankreich Tour. Und wir sind jetzt in der Normandie. Ja, und zwar in der Nähe von Dieppe. Das ist hier die nächste große Stadt, so sechs, sieben Kilometer entfernt. Ja, und wir sind im kleinen Örtchen Otho, ne, Otho-sur-Mer. Wir haben einen schnuckeligen Campingplatz, aber Bilder darf uns wieder später noch. Wir sind circa einen Kilometer vom Strand weg und da laufen wir jetzt gerade mal hin. Und dann schauen wir mal, wie das hier alles aussieht und was es wieder zu entdecken gibt. Ja, wettertechnisch, heute Morgen war es richtig heiß. Mittlerweile hat die Sonne sich verzogen. Es soll heute wohl heute Nachmittag noch Regen geben. Schauen wir mal, ändern können wir es eh nie nicht. Ja, jetzt geht es Richtung Strand. Und ihr kommt mit. Viel Spaß mit diesem Video. Ja, wie ihr sehen könnt, ist auch in diesem Strandabschnitt kein Sandstrand, sondern wieder sehr viele Steine. Steine, Steine, Steine. Hast du deine Badehose mit? Sonst hätten wir baden können. Da baden ja schon welche. Ja, wir haben gerade wieder ein bisschen Glück. Dass wieder Äppel vorherrscht, weil jetzt kann man hier in diesem unteren Bereich besser laufen, weil ständig auf diesem großen Stein, diesen Gröltingern da zu laufen, ist recht anstrengend. Obwohl wir ja unsere Wanderstiefel anhaben, aber es ist irgendwann nervig. Es ist hier schon ein bisschen besser. Wir sind nicht mehr die Jüngsten, ne? Hm. In diesem Bereich hat die Äppel ein bisschen Sandstrand. Sandstrand freigegeben. Mal sehen, wie weit das hier so geht. Musik. 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 Ja, was ist noch zum. Ort Diepp zu sagen gibt. Das ist der Gründungsort und auch heute noch der Hauptsitz von dem Sportwagenhersteller Alpin. Da kennt ihr ja noch diese alten Modelle A110 und A310 heißen die, glaube ich. Und mittlerweile baut ja seit 2018 Alpin wieder einen aktuellen Sportwagen. Hört ja zu Renault. Und ja, bevor sie diesen aktuellen Sportwagen hergestellt haben, hat man halt dort überwiegend sportliche Renault-Modelle produziert. Wieder was gelernt. Ja, leider kommt jetzt wieder die Flut. Und der Strand ist bald weg. Jetzt schauen wir mal, wo wir hierhin kommen. Ein kleiner Aufgang, wo ein paar Menschen waren. Kackseln wir da mal hoch. Musik. Musik. Hier gibt es auch wieder ausgewiesene Wanderwege. Dann gucken wir mal rein, wo es da lang geht. Wir sind berghoch. Wir schnaufen gerade ein wenig. Nein? Ja. Gut. Es ist echt ein Dschungel hier. Total hohe Luftfeuchtigkeit. Und dann geht es natürlich wieder bergauf. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. t Ich muss schon sagen, hier gibt es teilweise richtig nette Häuser. Richtig so mit Stil, teilweise auch mit alten Autos davor. Es gibt schlechtere Orte als hier zu leben, glaube ich. Nachdem wir jetzt auf dem Rückweg eine große Runde durch die Natur gemacht haben, sind wir da unten jetzt gleich wieder in Othos-sur-Mer. Da unten ist auch wieder die Kirche, die ihr auch schon mal gesehen habt. Dieser Ort hatte auch mal 1930 ein Grand Hotel und ein Casino. Auch damals ließen die Reichen und Schönen sich das Leben hier gut gehen. Das ist nämlich ein Foto. So, jetzt laufen wir mal an der Promenade von Othos-sur-Mer lang. Die scheint nicht ganz so lang zu sein. Also, hier gibt es auch paar Badehäuschen, aber nicht so viele und auch nicht so schöne. Da waren die doch in Cahiers-sur-Mer. Eheblich netter gemacht. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, verlegen wir mal da oben. Auch mal anschauen. Ja, hier ist Othos-sur-Mer und da ist Dieppe. Genau hier hat 1882 Claude Monet schöne Bilder gemalt. Genau hier in Pauville. Da steht hier nämlich, dass er immer an der Küste lang gewandert ist und etliche Bilder gemalt hat. Wieder was gelernt. Ja, wir sind hier auf dem Campingplatz Le Marque Val. Und da gehen wir jetzt mal rein, damit ihr mal einen kleinen Eindruck davon bekommt. Vorne ist hier gleich Swimmingpool. Linke Seite ist die Rezeption. Hier gibt es Moors auch die Baguettes, die man bestellen kann. Hier ist eine Bar. Gibt es auch Snacks. Das Sanitärgebäude. Alles sehr modern da drin reingebaut. Ja, wie fast überall in Frankreich sehr viele Mobile Homes hier drauf, die man mieten kann. Aber das Highlight sind halt die Fisch-Tachi, die hier drin sind. Und man kann hier auch gegen Gebühr angeln. Hier hinten ist jetzt der nächste Angelteich. Angelteich. Ja, Hintergrund. Schafe, Schwäne. Also wirklich toll angelegt alles hier. Auch Ziegen sind dahin auch noch. Hier sind wieder Mobile Homes. Ganz hinten der Kinderplatz, Spielplatz. Ja, also wirklich, uns gefällt es hier gut. Was kostet der Spaß? In der AXI-Karte sind wir wieder unterwegs. In der Nebensaison seid ihr mit 18 Euro dabei. Wie gesagt, zum Strand ein Kilometer circa. Hier vorne sind diverse Waschmaschinen und Trockner. Um die Ecke geht es zur Fähr- und Entsorgestation. Aber das ist ein bisschen eng und unglücklich gemacht hier in der Kurve. Aber es gibt noch einen weiteren Toilettenausguss. Ja, und hier wieder die obligatorischen Mobile Homes. Und hier ist der Fischteich Nummer 3. Jetzt sind wir in unserer Reihe. Das ist auch ein Mietobjekt hier. Genau, da steht der Ranner. Großflügige Plätze. Gut, wir haben ein bisschen Pech mit so einem Rumpelplatz neben uns. Aber man kann nicht alles haben. Ja, und da vorne ist dann halt der eine Fischteich. Noch ist hier alles relativ leer. Sonst wird sich wahrscheinlich heute Abend noch alles ändern. So, jetzt habt ihr einen kleinen Eindruck von diesem Campingplatz. Also, man kann wirklich nicht meckern. Es ist ein schönes, schönes Plätzchen Erde. Da ist der Aufgang, wo es gestern hochging. Wo dieser gefühlte Dschungel da war. Heute haben wir noch ein bisschen mehr Glück. Wobei das Wasser kommt jetzt auch schon wieder. Aber es ist noch relativ viel Strand vorhanden. Hier ist gerade unseren Rückweg geplant. Hier ist auch wieder ein Aufstieg. Es scheint auch ein Bannerweg zu sein. Den werden wir nachher wohl mal entdecken und erkunden können. Nach sechs Kilometern haben wir den Wendepunkt erreicht. Jetzt geht es wieder in die andere Richtung. Wir müssen den Aufgang wieder finden. Bis zum nächsten Mal. 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 Wanderwege. Das richtige Kontrastprogramm. Eben noch am Strand das Meeresrauschen und jetzt ist man hier gefühlt wieder im Dschungel. Wald und überall Vogelgezwitscher. Da hat man alles. Walte und Meer. Also was uns hier mal auf unseren Touren auffällt, hier ist überall Stacheldraht. Stacheldraht, Stacheldraht. Also überall. Selbst jede Weide wird mit Stacheldraht abgesichert. Grundstücke. Das sind vom Weg ab. Hat auch Vorteile. Du bist gesichert gegen das gewillte Tier hier. Vielleicht kommen hier noch die Bären oder so. Du darfst nicht umkippen, dann liegt es im Stacheldraht drin. Oh, kommen jetzt hier Mücken oder was? Jetzt kommen Mücken. Wir müssen uns bewegen. Auf geht's. Jetzt sind wir wieder da gelandet, wo wir gestern schon mal hochgegangen sind. Wollen wir es jetzt auf dem Heimweg machen. Wir könnten jetzt wieder am Strand lang marschieren. Wobei, da ist kaum noch Strand. Nur noch die dicken Steine. Das ist nicht doll zu laufen. Also müssen wir wieder da hoch den gleichen Weg nehmen wie gestern. Der war ja auch nicht schlecht. So machen wir das. Ja, für heute Abend ist wieder Gewitterwarnung. Wir haben uns schon ein bisschen vorbereitet, als es regnet, weil es ist ja warm. Man kann ja draußen sitzen bleiben. Kieser rausgefahren. Gestern war auch Gewitter angesagt. Da sind ein paar Regentropfen runtergekommen. Das war nicht viel. Aber wir sind schon mal gewappnet. Ja, befestigt. Eine Multi-Anker. Sturmband dran. Also meistens nutzen wir unsere Markise eigentlich nur bei Regenwärter. Bei Sonne ganz, ganz, ganz selten. Da muss es schon richtig heiß sein. Ja, so sieht das jetzt aus. Jetzt kommen die Stühle raus. Füße hoch. Und es gibt ein schönes, kaltes Zischbier. Prost. Nachdem das gestern Abend und die ganze Nacht eigentlich nur gerechnet hat. Joa, es ist jetzt gerade wieder trocken. Allerdings nix mehr mit Sonne. Alles total diesig. Muss auch nicht mehr ganz so warm. Schießkullover wieder an. Dann kann ich alles haben. Ja, das ist gerade noch ein bisschen Äppel. Wir gehen jetzt gerade mal in die andere Richtung. Mal gucken, was es hier so alles zu sehen gibt. Ich schwenke einfach mal. Da könnt ihr auch etwas sehen. Also auf dieser Seite sieht die Landschaft irgendwie ganz anders aus. Fast wie so eine Kraterlandschaft. Gut, keine Sonne dabei. Die Sonne wird zwar schon etwas schöner aussehen. Gibt es heute Abend Schnecken mit Petersilienbutter? Mhh. Ich habe eine große Muschel gefunden. Dann lebt auch keiner mehr drinnen. Oder ist das eine Schnecke? Gedreht. Der Unterschied zwischen Muschel und Schnecke? Beides Weichtiere. Wie wärs noch ein Fischbrötchen? Ne, wir haben was besseres. Panna au chocolat. Das war heute nochmal ein ordentlicher Strandlauf. Wir hatten heute Glück gehabt. Es war die ganze Zeit Äppel. Wir konnten also hin und zurück und zwölf Kilometer an einer Küste laufen. Wir mussten also nicht in Dschungel flüchten. Ja, es war heute ein ganz ganz starker Wind. Es war schon richtig unangenehm. Na gut, wir kommen von der Küste. Wir kennen das eigentlich, aber es war wirklich gar nicht nervig. Ja, damit endet auch der Aufenthalt in unserer Drinnenstation, unserer diesjährigen Frankreich Tour 2022. Und morgen geht es wieder ein wenig weiter. Aber wir bleiben an der Küste. Ja, wir bedanken uns, dass ihr uns auch in diesem Video wieder gefolgt seid. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Däumchen hoch da. Da freuen wir uns immer drüber. Und ein Abo wäre natürlich auch klasse. Ansonsten bleibt gesund, passt auf euch auf. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin verbleiben wir mit Tschüss und Au Revoir.